gut dann gehen wir mal rein ins spiel online privat das haben wir abgeschlossen gut dann ist new york abgeschlossen dann fangen wir an jetzt mit jerusalem was so ich gehe mal auf bereit unten schon das war gleich sofort naja dann ist schon ein bisschen aufs höhere level außer der iron patriot dessen name ich gerade nicht aus dem kopf kriege da muss ich mich gerade mein dings gucken der franzes 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 wie spricht man dann davon haben also er ist amerikanische amerikanische links dann habe ich euch alle auch zusammen du bist es doch bereit rücken ansonsten dauert es jetzt auch anderthalb minuten falls du bereit bist dann let's go auch ein fröhliches zombie schlachten welche eine vorfreude so erste kapitel hirnchirurgie rette dr green gold als jerusalem fiel waren dr alex green gold und seinen forschungsteam im zentrum der altstadt abgestitten sechs wochen später sitzt green gold fest und muss unbedingt gerettet werden dann machen wir das doch mal klingt auf jeden fall sehr interessant die kampagne wie gesagt ich weiß nicht besonders viel aber new york hat schon spaß gemacht wobei das an die eine eine folge auf den zweiten teil hat glaube ich nicht am nicht der gefahrung geklappt mit dem todel das ding wo das mit dem mit dem todel bohren musstest einmal gefehlt aber passiert ja es ist endlich wieder auch neben wie gesagt situation 2 ein spiel wo man ja nicht wieder die kampagne im koop spielen kann das vermisse ich so an den spiel manchmal ich hatte nur gerade gehört wegen dem politischen was meint ihr von sie oder was vier oder so oder fünf aber das kann dann ist es egal so ich höre doch noch irgendwas rum rennen hier hängt einer im stacheldraht ich höre doch noch was seid ihr bereit dass ich um interagieren kann oder auch die gerade noch mit luft okay dann rein damit beteilige der kontrollpunkt jetzt Geht's mal rum, Kollege. Haben die Klufer gefunden. WTF? Äh, hier ist einer hochgekommen. Ach, scheiße, das war nicht der Plan an der Sache. Wunderbar. So, ich hab bisschen Waffen in mir geholt gerade. Füllt euch die Munition sonst noch auf, ne, falls ihr sie braucht. Man kann nie genug haben. Ja, das war nicht. Ja, das war nicht. den bord auf der tor brauche ich nicht Also verboten. So, wollen wir da. Ich glaube, die Jungs haben schlechte Laune, irgendwie so ein bisschen. Ich habe so gerade jetzt bei den zwei gesehen, einmal kurz den Pfeil an den Kopf gepinnt und dann habe ich es plodieren lassen. Sorry von mir. Alter, ich bin bereit, das Haus zu verteidigen. So, dann ziehen wir mal eine Bacarie gerade hoch. Zumindest mal etwas. Das kann man auch immer mal gebrauchen. Sollte man auch nie. Moment, ich will gerade... Kann ich das Ding hier nicht nutzen? Wenn man auf dem Tisch liegt. Die Waffe da oben, die große? Nee, ne? Schade. Ich vermute, dass die Barrikaden nicht allzu viel halten werden. Auf Dauer zumindest nicht. Ja, ja. Ich glaube, das sind einfach nur so ein bisschen, um ein bisschen Zeit rauszuholen. Oh. Oh. Jetzt habe ich mit hoch. Das war ja tot. glaube ich hätte green gold hat ich hätte von mir ein abflug war da kommt so wunderbar, da hat sich einer durchgemogelt noch irgendwie so ein bisschen größte Teil ist da weg alles soweit klar bei euch da hinten oder braucht ihr Lufthilfe gerade irgendwie auch hier runtergefallen danke scheiße ich muss wieder reiten, schau mal die Klarikade auf, verdammt, da war noch zwei mit drin danke so, ich halte mich gerade selber, aber ich muss jetzt hier ok 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 naja, liegt daran, dass wir noch nicht ganz alleine sind da stand tatsächlich noch irgendwo einer rum ok naa, der wachter ok ich will mal da Felserfaust Kaffeein Kaffeein Irgendwo kommt noch was Kaffeein Auffüllen Hier kommen wir gar nicht hoch oder? Ne Ich komm mal hoch Ja Abgekehrt haben wir auch Eine fehlt noch Eine fehlt noch Tanz So Hey! Watch your fucking shit! Here they go! Watch your fire! Ja Take the goddamn screamer Ich muss ja aus dieser Ecke raus! Hilfe! So jetzt lass mal wieder raus Das wär dem sonst ziemlich böse H ways to kill someone Scheiber her! Äh maggagagagagagagagagaga Schlagagagagaga Got to get metal uden break ch 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 so wunderbar gibt es hier mit einer sannisette oder sowas ich bin immer so ein fan davon zu sterben danke ich hatte gerade die ganze meute da auf ja das ist das ist das ist oh Da hinten ist irgendwie einer noch Ja, den lassen wir da mal Hilfe, ich bin schon mal Sorry Was lockst du denn da hinten? Stopp dicken around! Let's get out of here! Noch nicht aufmachen, oder? Was soll ich denn schon aufmachen? Take out the screamer! Jesus, get your asses in here! Let's go! Let's go! Oh! 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 Wieso kann ich jetzt... Will der nicht mitgehen? Oh! 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 Na, kann ein Kompensorgenkind werden. Na, kann ein Kompensorgen werden. Na, kann ein Kompensorgen werden. oh lef abyss okay mit Du schaffst mich! Ich brauche einen Schall. Take out the Screamer! Ich bin weg da von mir. Ah, hau da von mir! Ah, ich hasse das. Wenn sie alle auf einem wollen. Okay. Ab nur wieder. Verdammt. Es passiert mit uns auch öfters. Ich bin so der Fan. Ich bin immer der Fan von zu steil. Aua. Sterben. Glück gehabt. Ich bin okay. Ich bin okay. Ich bin okay. Hör auf sie. Sie sind niemals stoppen. Wir können unsere ganze Leben nicht schützen und niemals einen Unterschied machen. was das habe ich jetzt überhört wunde 1 in der tasche wunderbar 32 Kopfschüsse, oh. So, dann steige ich einfach mal auf Bandlauf um. Level 7. Gut, den zweiten Teil machen wir dann in der nächsten Folge. Spaziergang im Toten Meer.